Am Anfang war das Feuer, Strom gab es noch nicht. Die Kälte, ein Dauergast, der Fortschritt nicht in Sicht. Dann begann die Suche, die Suche nach dem Licht. Die Suche zog sich lange, Tage des Versichts. Es war dann immer größer, ein erstes Signal. Der Weg war jetzt gefunden, aus dem finsteren Tal. Nun ging es immer schneller, die Richtung stand nun fest. Mit den Händen ließ ich greifen, des Weges letzter Rest. Am Ziel dann große Freude, Licht und Wärme überall. Die Energieversorgung Rottweil, bemüht um jeden Fall. Die Energieversorgung Rottweil, bemüht um jeden Fall.